und damit herzlich willkommen zu einem tag x kanal update mit umfrage ja viele von euch werden sich gewundert haben warum die letzten wochen kein video erschienen ist und da wollten wir mal kurz aufklären wir befinden uns ja gerade in einem studio umzug wie wir schon ein paar mal angesprochen haben und es ist jetzt so das neue studio ist endlich ausgemalt und in den nächsten zwei wochen circa können wir dann hoffentlich einziehen und alles wieder aufbauen und dann wird es auch wieder regelmäßig videos geben und diesbezüglich wollten wir einfach mal für eure geduld auch bedanken dass ihr so lange dabei gewesen seid obwohl es kein video gegeben hat aber keine sorge wir sind bereits in der pre-production und bevor wir die thematik noch ein bisschen reinsteigen wollten wir uns mal bei allen subscribern bedanken es sind 213 subscriber momentan ein herzliches dank hat einen herzlichen dank an alle subscriber denn ohne euch wäre dieser kanal nicht möglich ihr seid die die diesen kanal leben einhauchen und deswegen dieser dann gebührt euch einfach und auch ein herzliches willkommen an alle neuen subscriber die in den letzten wochen dazugekommen sind willkommen in unserer mitte willkommen bei tag x und wir hoffen dass es euch genauso gut gefällt hier wie uns die diese videos machen für euch danke auch an alle fleißigen kommentare wir lesen sie sehr gerne und schreiben auch sehr gerne zurück auch wenn wir es vielleicht nicht immer direkt schaffen aber wir sind dran ja der kanal ist ja wie jeder kanal ein kanal der lebt und der sich auch entwickelt der auch sie auch verändert und wir haben ja jetzt schon viele viele verschiedene themen hier aufgegriffen allerdings wollten wir euch auch noch mal fragen denn wie gesagt ihr seid diejenigen die diesem kanal leben einhauchen und deswegen wollten wir euch mal fragen was sind denn so themen die wir vielleicht noch nicht aufgegriffen haben die euch aber brennend interessieren die ihr gerne auch auf diesem teil sehen würdet einfach so um die thematik tag x notfallschutz und sicherheit herum was vermisst ihr was sollen wir noch aufgreifen wir befinden uns gerade in der brainstorming phase für die nächsten videos wir können jetzt sehr gerne noch für verschiedenste video vorschläge mit aufnehmen und aufgreifen und versuchen diese natürlich einzuplanen wenn ihr also irgendwelche ideen habt die ihr sehen wollt die vielleicht vermisst habt auf die ihr vielleicht wartet dann schreibt es doch bitte in die comments unten rein schreibt es in die kommentare aber bleibt wie immer fair und ja wir freuen uns auf eine diskussion mit euch wir freuen uns darauf mit euch diesen kanal hier gemeinsam weiterzuentwickeln und hoffen dass ihr auch weiterhin dabei bleibt und dass ihr auch weiterhin fleißig tag x guckt und diese videos teilt denn die response die wir kriegen ist unglaublich es freut uns so sehr dass wir in so kurzer zeit so viele abonnenten bekommen haben und auch noch weiter abonnenten bekommen jeder ist willkommen also auch wenn der ein oder andere der das video hier sieht noch nicht subscribt hat jetzt wäre so eine gelegenheit einfach mal subscribe reinhauen und die glocke drücken dass ihr über die neuesten videos informiert werdet ihr könnt die glocke auch personalisieren also dass ihr wenn ihr nicht alle videos sehen wollt sondern nur bestimmte videos über bestimmte videos informiert werden wollt könnt ihr das natürlich auch einstellen ziemlich nettes feature das youtube hat und wir sehen uns dann beim nächsten video wir hoffen dass wir in den nächsten zwei wochen noch ein video rausbringen können wie gesagt der umzug ist sehr stressig momentan ich habe auch den pc jetzt schon alles eingepackt weshalb ich das jetzt hier über den laptop aufnehmer deswegen wir wollten euch allerdings nicht hier außen vor lassen und euch hier ewig in der wüste stehen lassen einfach nur mal um auch euch einen kleinen einblick zu geben was hier so hinter den kulissen von tag x abläuft es ist viel aber was in diese videos hineingeht es ist viel research die da hineingeht viel was schneiden betrifft allein die videos wenn man sie sich anguckt das schneiden allein sind schon sehr sehr viele stunden die dabei drauf gehen wir haben alle nebenbei auch noch vollzeit jobs dementsprechend hoffen wir dass wir sobald wie möglich wieder zu einem regulären programm zurückkehren können und euch jede woche wieder videos reingeben können ja bis dahin bleibt am ball es gibt noch mehr videos auf diesem kanal schaut sie euch an jetzt kommt gleich in der endcard hier noch video vorschläge und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin bleibt prepared